Jo Freunde, was geht? GammaJury ist zurück. Eine neue Folge. Wir sind heute im 5Grimus Casino. Heute geht es in eine Runde La Dolce Vita. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe eine Balance von 24.000 Euro. Ja, da ist mir gerade schon die Luft weggeblieben wieder. Wir gehen auf 50 Euro heute in La Dolce Vita. Letztes Mal war richtig geil. Sugarwash rasiert. Sugarwash 1000. Für alle, die es genau wissen wollen. Für alle, die es nicht gesehen haben, guckt euch das letzte Video gerne an. Wir gehen auf 50 Euro erstmal rein. Komm, komm, komm. Digga, erst mal ins Kette auf Fuffi. Genau, hier geht es direkt rund. Sorry Freunde, wir gehen direkt rein. 50 Euro-fach La Dolce Vita. Schön, dass ihr dabei seid und abfahrt. Genau, letztes Mal Sugarwash 1000. Richtig geil eskaliert. 11 Mille geholt in dem Game. War stark. Sehr, sehr stark. Deshalb La Dolce Vita auf Fuffi gönnen. Leider erst mal ins Kette bisher. Habt ihr ja gesehen. Und rein da, rein da, rein da, rein da. Bin sehr gespannt, was das hier heute wird. Und ob wir es hinkriegen. Parallel dazu habe ich nochmal das mit der Kamera probiert zu checken, weil ich jetzt nochmal das Gefühl hatte, dass die irgendwie so ein bisschen rumgebackt hat. Ich glaube, heute ist es besser. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt oder nicht. Könnt ihr mir gerne nochmal reinschreiben. Aber ich habe es auf jeden Fall gemerkt. Ist aber jetzt auch egal. Hauptsache, ihr könnt sehen und ihr könnt mich sehen und ihr hört mich und da passt alles. Es ist ja eigentlich relativ Jacke wie Hose, sag ich mal. Mir ist nur noch wichtig, dass der jetzt hier reingeht. Vor 20.000 auf jeden Fall. Ich will das Ding hier, da Deutsche Vita einmal auf den Fuffi reinkloppen. Hat ja auch gerade fast geklappt mit den ersten beiden Skattern. Aber naja, wie das halt so ist, fehlt halt der Letzte immer. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Ein bisschen angespannt. Und habe Bock, die Balance hier noch ein bisschen höher zu kloppen, ob es klappt. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Tut immer weh jetzt, Weißkatter. Tut jetzt immer weh. Generell ja schon, aber auf den Fuffi. Ich drück mal so. Das macht es schon wieder mit der Kamera. Ich glaube, das liegt daran, weil das Wetter immer so hell und dunkel wird hier. Ach, ist auch egal. Hauptsache, der geht hier rein. Komm schon. Wie Sie sehen, sehen Sie gar nichts, aber wirklich gar nichts. Komm jetzt. 3.000 Euro weg. Sonst mal eine Full-Reihe rein können. Na klar, 2. Immerhin, 550. Komm einmal rein. Wir waren ewig nicht da drin. Richtig. Freunde, ich bin mit so einer Motivation hier reingegangen. Und jetzt macht der Idee Sinn, oder was? Komm jetzt. Komm jetzt. Okay, ich habe eine Idee. Okay, Gamomat will gar nicht jedenfalls springen los. Jetzt bitte alle mit schwachen Nerven die Augen zu machen. Ich mache selber die Augen zu. Roulette sind wir reingegangen, Freunde. Roulette. Ich habe eine Idee. Ich wünsche euch den guten Tag. Ja! Tschüss, Alter! Ja! 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 macht das niemals nach 25.000 Euro wieder drauf der ist mir aber richtig warm geworden warte mal kurz 10 miller roulette kurz gezockt ok ok will ich jetzt auch nicht drüber sprechen ihr habt gesehen das war zu krank das war wirklich zu krank jetzt habe ich zu lange auf die mit augen zu weil ich selber nicht haben konnte das war geisterkrank wir gehen rein fuffi in john hunter and the mayan goods gut dass ich getroffen habe kann man so sagen sonst hätte ich es nachher verknallt das ganze hier das wäre jetzt nicht so schön so lange gebraucht um das aufzubauen und dann so ein risiko da hingelegt aber gut mal schauen wo wir am ende stehen spannend wenn der hier rein geht jetzt weiß ich was ich spielen wollte ja gut wir spielen jetzt kurz mal das ja hier seht ihr auf jeden fall was abonnieren nicht vergessen like nicht vergessen hier geht es richtig richtig krank rund bei mir ich gehe noch mal eine runde sticky diamonds sorry freunde für diese ganzen wechsel aber ich musste mich gerade auch erstmal beruhigen und reservat auf klarkommen habe ich selten aber manchmal habe ich es auch gibt es das hier nicht oder was ich will es unbedingt zocken was gab es hier früher leute was ist hier los heute und hier ich bleibe ich auch weise ich rohbe Erkstoße ich Egal, schreibe ich das falsch oder was? Das nervt ja jetzt schon wieder, was ich hier mache. Nervt mich gerade selber. Ich würde es jetzt auch nicht direkt komplett suchen. Eigentlich. Aber ich würde es jetzt eigentlich spielen. Okay, dann gehen wir in ein anderes Game. Hier, sowas mal. Floating, äh, Dragon Hole in Spin. Da haben wir auch ewig nicht drin. Let's go, Freunde. Sorry für die kurze Unterbrechung hier beim Suchen. 24.000 Euro drauf. Genauso wie am Anfang. Ja, nur, dass ich kurz einen Herzinfarkt gekriegt habe, gefühlt. Boah. Und wir gehen rein. Let's go, 50 Euro-fach. Und... Nein, natürlich nicht. Das wäre auch zu heftig, wenn er jetzt direkt reingegangen wäre. Indie-Freispiele. Floating, Dragon, Hole in Spin. Auch sehr, sehr lang nicht gezockt. Krasses Game. Okay. Naja, das geht... Sorry, Freunde. Ich fühle das gerade auch nicht. Ich fühle das einfach auch nicht. Das war krass. Einmal. Hier. Ach komm, wir gehen in den Big-Best-Pronanza. Hold in Spinner. Hallo. Junge, wie viel geht hier schief gerade heute? Na, hat er schon geöffnet. Dacht schon. Pragmatic Play. Let's go. Da kann man auch kaufen. Ganz ehrlich, bevor ich jetzt die ganze Zeit zock. Wir kaufen 200.000, wir gehen rein. Let's go. Seht ihr nur, Abo? Ne, nicht vergessen. Like nicht vergessen. Big-Bus, Hold and Spinner. 2.500 Euro bei. Seht ihr nur hier. Wir gehen rein, mal gucken, was er bringt. Ah, volles Risiko wieder. Gut. Gut, ganz viele davon. Ein bisschen was kommt sogar zusammen schon. 675. 775. Haben wir zusammen. Geil. Schade, er macht nicht dieses Dynamit. Aber trotzdem gut. Und noch einen. Machen rein, komm. Boah, ich hatte schon Schiss, dass er den nicht mehr macht. Sauber. Sehr gut. Sauber. Und jetzt noch drei Stück, das wäre natürlich krass. 550 Euro, 1,5 drauf. Gut. Boah, jetzt noch einer wäre heftig gewesen. Drei Stück, das wäre geil. Das wäre wirklich mal richtig geil. Das hätte geschmeckt schon. Komm, mach einen dicken Hit. Come on. Komm schon. 125. Okay, zwei sind eigentlich möglich in fünf Spins, ne? Theoretisch. Oder in einem. Bam bam. Come on, mach. Mach doch einen, jetzt komm. Ach, Digga. Dann bist du echt noch Minus, ne? 1.975. Ach, wie ärgerlich. Wir gehen nochmal rein. Let's go. Geil angeordnet so. Abfahrt. 200.000 Euro. Wir gehen rein. Big Bass Hold & Spinner. Und Rainer. Nice. Hat er den Anker geworfen, nehme ich. 550. Gut. Digga, aber macht der da keine Dynamit oder sowas. Komm, noch zwei Stück. Gut. Geil wäre mal, wenn du in den ersten Spielen hier hinten irgendwo schon bist. Bazooka. Und da ist sie, die ich meine. Guck, da kommt er mit dem Ding. Und knack mir das Bild voll. Okay, aber kommt ein bisschen was zusammen. 400 Euro. 1.000er schon mal drin. Ist ja krass, weil wir immer, oder weil ich immer für zweieinhalb hole, ne? Das ist schon ordentlich. Geil. Noch einer. Boah, jetzt mach mal noch einen. Hat der gerade ähnlich gemacht. Jetzt noch einen. Geil. Jetzt brauchen wir zwei Stück in 10 Spins, Freunde. Das ist ja wohl mal möglich, oder? Let's go. Rein da. Ja. Digga, wo bleibt der? Immer weil die dicken Fischis jetzt da sind, ne? Na, kommt natürlich hier bei so Pups gewinnen. Ah, 450, ja. Einen noch. Einen in fünf Spins. Bitte, mach's. Mach ihn. Ja, muss ihn machen, jetzt mach. Ja. Da hab ich mich von Herzen gefreut. Und jetzt gleich mal einen richtig dicken auspacken mit mal drei. Hier sowas und dann mal drei. Einen dicken auspacken, jetzt komm. Brudi, jetzt mach was. Ja, guck, ist doch schon mal was. Guck, 375 ist ja direkt mal drei. 1.125 ist gut. 2,9. Den brauchen wir jetzt aber nochmal. Ich will hier im Vorviertel entlanden. Komm, baller ihn rein. Jetzt einen dicken. Dicken Fisch mal drei. Fertig, da. Einfach mal drei. Passt. Komm. Einen einzigen jetzt. Das ist immer dasselbe. 400 Euro als, ja. Kommen wir halt noch mal. Let's go. Seht ihr hier, abonnieren nicht vergessen. Like me vergessen. 2.500 Euro Bonus beiß. Müsst ihr euch mal überlegen, was hier schon wieder rund geht. Wir waren eigentlich voll weit, aber der hat nichts gezahlt. Boah, ein Glück, Alter. Das könnte was werden, jetzt hat er noch gar nicht so gezahlt und dann knallt er jetzt gleich ein. Jawoll, und jetzt Bazooka, und jetzt mal zwei, alles full, komm, mach mal einen dicken, mach mal einen richtig geilen fetten. Immer diese Pfuffis nur, ja, 55, ja, ist okay so, aber ja, 1,1, muss schon mehr kommen. Oh, der ist gut, ein Tausender. Yes, aber jetzt, jetzt in Porfitland landen, komm, 2,1, jetzt nochmal ein richtig, richtig saftig, komm, direkt hinterher mal. Gut. Boah, einen nur noch, in 3, ist ja geil, stell dir mal vor, ich komme bis mal 10, das wäre mal richtig krank auf dem Einsatz, komm, mach einen noch, oha, oha, wir kommen nochmal auf mal 3, geil, 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 jetzt zahlt er endlich, schön, 850, 3727, und jetzt am besten diese 5000 Euro fisch der da gerade, weil das war ja, und dem mal 3, dann knallt's komplett. Komm, mach ein Ding, da ist der schon wieder, sammel den ein, Alter. Na, 50 mal 3. Ich stelle mal vor, ich komme mal 10, das war so krank, jetzt so 2 Stück, ja komm, mach einen Dicken noch, komm, 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 der wär doch gut gewesen, 500 Euro fisch. Ja, okay, 3.800, aber nicht schlecht, nicht schlecht, wir sind wieder hoch auf 23.900. Ah, ist schon, und 250, nice, sind tatsächlich wieder hoch auf 24.000 Euro, krass. Wir gehen nochmal einkommen, sollt euch ja auch Spaß machen, 200.000 Euro, Bonus Buys, ich glaube sind die Max Buys, im Big Bass Hold'n Spinner, hier geht's ab, hier geht's ab, ich will's aber auch wissen, ne, ich würde gerne mal bis mal 10 kommen, ey. Mal. Gut. Jetzt 2 Stück Bam Bam. Und 2 noch ein, hoffe das klappt. Und letzter und Bam. Boah, ist das bitter, das ist bitter. 2.000 Euro weg. Letzte Mal. Komm jetzt. Gut. Oh, schöner Fisch sogar. Sollen den nicht vorhin mal 3. 675. 375. 1.000 Euro weg. Na, trotzdem minus 1000 Euro Fische waren gut, aber ja Ich kaufe nochmal, mein Gott, Alter Muss doch jetzt mal was, komm Ach, das auf keinen Fall Nach, was ich hier mache Let's go, wir gehen rein Big Bass, Hold & Spinner, Max Beiß heute 2500 Euro Kommt schon Pfeift Gringos jetzt Gut, guter Start Einfach solide durchmarschieren bis mal 3 Und dann richtig dicke Bretter raushauen Brauchst gar nicht so viele Gewinne machen Einfach nur die ganze Zeit Diesen Diesen jungen Herren Ja, Alter, lose 5000 Euro 4100 Euro Gold Salon, VIP, Blackjack, let's go, eine einzige Hand, wir gehen rein. Let's go, Gamble Joey, Alter, das ist einfach, das ist einfach ein Macher-Move, das ist auch einfach stabil, komm, macht ihr eine 10 da hin und fertig, wer, ihr, 10, 8000 Euro, ja, ja, Mann, Alter, 22700 wieder drauf. 20 zusammengemogen mit dem Taubi, push. 2600 Euro Einsatz, Freunde, diese Hand gewinnen und dann sind wir ehrlich wieder gut oben, dann habe ich auch wirklich alles gegeben, Alter. Come on, let's go, junge Dame, wünsch mir Glück, wünsch mir Glück, wollte ich sagen, schreib mal wieder Hey, Andi. Und direkt ein Blackjack kassiert plus Flasch, geiler geht's doch nicht, geiler geht's doch nicht. Jackpot, einfach mal nett sein zu den Leuten, Freunde. Einfach mal nett sein. 6550 Euro, ja, 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 26.743 Euro drauf. Frag mich nicht nach Sonnenschein nach dieser Session. Es war einfach nur krank, was ich hier wieder abgeliefert habe, ich muss mich beruhigen, wir schauen mal, was wir nächste Mal machen. Ey, geile Session, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sorry für die paar Unterbrechungen ab und an, äh, ja, richtig, richtig krank, was hier abging. Falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung, vergesst nicht, glücksbekannt sich immer, spielt bitte nur mit dem Geld, was ihr überhaupt, haut rein, macht's gut, bis morgen, euer GameVitual, ciao.